hallo meine lieben freunde herzlich willkommen zur folge 14 bei skyrim eine lange reise mit mario dem alten sack von holz und tv ich muss euch gestehen ich habe ein bisschen um disponiert nach problemen nach installation hatte ich richtig probleme und die gelegenheit habe ich genutzt wir haben uns erweitert wir haben die karie mit dabei jetzt und ein bisschen und wir haben uns etwas umgestellte ich habe gemeint es wäre zu heiß gewesen ich habe nichts getan vielen dank mögen die göttlichen euer gütiges herz ich hoffe dass ich hoffe dass jetzt alles reibungslos läuft ich muss eine hungrige tochter ernähren also zählt für mich nur dass ich meine erzeugnisse verkaufe ich bitte nicht ach da ist er schon wieder dieser krieg ist genauso dumm wie unsere fehde mit der grau mähnen ich hoffe ihr seht mich so an weil ihr etwas kaufen wollt ich habe ich hinten augen oder was das ist sehr interessant nach wo ich überall gucken kann hab mitleid meine dame und gib mir ein paar schäfer ist mal weg hat ja schon was gekriegt ich meine er kann ja mein weh noch mal was kriegen aber so liebe grüße an anton ich werde diesen tipp jetzt öfter beherzigen ich habe den vor einfach hier bitte vergessen ich halte das nicht ausmacht das ist aufhört da gibt den morpheum keine ahnung ich habe nichts getan der dünn ist doch schon gut ach der ist das wieder ich bitte euch nur um ein paar septime damit ich etwas essbares kaufen kann ich gebe dir ein ganzes gold stück noch mal kein thema gold haben wir ganz dank genug kein problem mehr mit was warum schaut er mich so an geht gar nicht die können wir adoptieren aber ich krieg die nicht ich glaube die kann man glaube ich adoptieren aber ich weiß nicht wie oft ich die schon angeredet habe jetzt die besten stücke aus grüßen und einfach nicht wir haben warmes essen warme getränke und warme betten dann ist doch schon mal gut wir suchen aber sardia um da nochmal genau raus zu kriegen wo wir hin sollen oder wie wir da weitermachen können gibt es neuigkeiten von den alikir glaubt ihr ich würde mich verstecken wenn ich den stadtwachen zutrauen würde dass sie damit fertig werden diese männer sind skrupellos gerissen hinterlistig sie bestechen wen sie können ich kann ihr in weißlauf einfach niemandem vertrauen doch wächter und jahr können gekauft werden und die alikir sind nahe mir wird die zeit knapp also habe ich mich entschlossen euch zu vertrauen gut so wir sind nicht käuflich kommt zu mir sobald die alikir erledigt sind wer uns kaufen will wird sie killt und was braucht ihr noch reine hi ich mach was brauche ich jetzt erstmal gehen wir jawohl damit wir auch die richtige richtung immer finden jetzt gehen wir erstmal ich kenne euch doch ja ok jetzt gehen wir erstmal zum kerker den da ist wieder die chance muss ich nutzen da habe ich das schon mal angesprochen ich habe gehört dass sie die dämmerwacht zurück ins leben gerufen haben papierjäger oder so in der alten festung in der nähe von rifton ist vielleicht sogar etwas für mich ja jedenfalls da hätte ich das mädchen adoptieren können da stand die die zeile zur auswahl aber da hatte ich noch kein haus und deshalb ging das nicht jetzt habe ich ein haus jetzt kriege ich das angebot nicht mehr ich suche weiter oder irgendwie krieg ich schon zu adaptieren da da dritte das soll der sein die und nimmer seid ihr das legendäre drachen blut ach so oder könntet ihr ja ich könnte aber nicht mit dir du quater ja und hier hatte ich auch dir ein neues schwert dann sprecht mit adrian in der schmiede da und seht ihr da den den fehler bei bei der rüstung von dem gefangenen das hat sich das hat sich auch mit wenden und flussböden zwischendurch was oh jetzt habe ich aber Angst Ja, du wirst du Bauer. Wirst du Bauer oder suchst du dir eine Frau? Und dann ziehst du auf die Festung. Ich bin immer voller Hoffnung. Hoffnung stirbt zuletzt. Okay. Ja. Seid aber nicht die Besten, weil die Besten sind wir, die Hot Five. Wir sind die Hot Five und wir sind die Besten. Ach, dann kannst du den Kematow kann sich... Ich komm gleich. Mhm. Du hast zu sehen. Oder du ja nicht mehr, du gehörst ja nicht mehr dazu. Du musst ja auch nicht. Ach so, erst mal Geld bezahlen? Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebisch. Was? Ja, in Ordnung. Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Wie, diebischöchst, bist du bescheuert oder was? Ich hab überhaupt nichts geklaut. Du bist mal zu lange mit Kriminellen in Kontakt oder was? Soll ich mal den Tarner raushängen lassen oder dem Mann einen Tipp geben? Wer für ihn arbeitet, hä? Willst du auch Bauer werden oder was? Oh, nur klappt doch mal. Endlich. Ihr kauft mir einen Weg hier raus. Hallo? Und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Scheiß mir die Idee. Nun denn, ihr findet Kematu im Schwindlernest, in einer unscheinbaren kleinen Höhle, westlich von Weißlauf. Wir finden das. Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Sie werden euch töten. Oh. Aber das ist euer Problem. Jo. Nicht meins. Nein. Mache! Mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich gefälligst frei! Tschüss. Weg. Wir wissen, was wir wissen wollten. Tut mir leid, ich höre nicht sehr gut. Habt ihr etwas gesagt? Ich sagte, mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich jetzt hier raus! Hier wird nicht rumgetrödelt. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ich scheine meine Schlüssel verloren. Oh, da ist ein Schlüssel verloren. Der Arme. Muss er noch mal. Hehehe. Na gut. Was braucht ihr? Nichts. Nichts. Wir sind... Schönes Wetter. Wir sind voller Elan. Voll motiviert. Hot five on the way. Abmarsch zum Schwindlernest. Blatt machen. Zwischendurch vielleicht ein Kind adoptieren. Mal sehen. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit gekauft. Das ist schon nie gehört. Das war... Da eben. Wo ist mein Karamellbomond? Ich hab doch unterwegs mal irgendwo ein Karamellbomond gefunden. Meine Dame, habt ihr eine Münze übrig? Ja, und nein, weiss mal. Du kriegst ein ganzes Goldstück. Wieso kann ich das nicht machen? Wir sind Wichtheitsmaden, die sich im Sohn aus der eigenen Verwerbtheit winden. Ich kann nicht mit ihr reden. Wie ihr aus dem Dreck der Sterblichkeit den vorgestiegen seid und nun unter den Sternen wandeln. Hab ich die schon zu oft angeredet oder was? Wir rennen ja noch mehr genau rum. Ich verbringe viel Zeit an den Marktstätten, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr Erfahrung. Das kann nie schaden. Viel Erfahrung ist immer gut, egal in welcher Beziehung. Ja. Viel Erfahrung ist Goldes wert. Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Meletor in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schwieriger kleiner Mann. Aber seine Waren sind gut. Kleiner Mann. Okay. Wenn wir Hunger haben, dann gehen wir zu Benötor. Wir nutzen den Weg hier mal als für unser Fitnessprogramm. Ein bisschen joggen. Fernereisen ist ja auch schön hochmöglich, aber joggen ist natürlich viel gesünder. Vor allen Dingen, wenn man selber joggt. Und nicht bloß zuguckt. So. Was hast du denn schönes? Das ist mein Friend. Den finde ich cool. Und wie geht das? Fertig. Verst einen Blick darauf. Das ist von mir. Kinderlachen. Wenn wir Kinder haben, brauchen wir was zum Anziehen. Da wir noch nicht wissen, was wir überhaupt für ein Kind kriegen. Vorbeugen. Ich bringe die Sachen schön in den Schrank, damit ich die nicht aus Versehen verkloppe. Ein bisschen übersichtlicher machen die Taschen. Die ganze Latte hat sich zwischendurch probiert, aber damit kann man keinen rumrennen lassen. Dann ist ja, ist ja, kann doch sein, dass Kinder das gucken. Um Gottes Willen, da wollen wir ja nicht. Möge eure Wege. Mit normalen Sachen rumlaufen. Das blöd ist, man sieht vorher gar nicht, wie man sieht zwar die Bilder und so weiter, aber man sieht nicht, wie sie ausfallen, wenn man sie anhat. Auch damit habe ich ein bisschen Schmieden inzwischen auch ihre Skill gehabt. Zu warmen Wüsten, da will ich aber gar nicht hin. Ja, siehst du, da willst du noch zu warmen Wüsten. Auf dem Weg liegen viele kalte Flüsse. Dort können wir uns auch Wasserfohrneter aufsegnen. Reißen darf. Dankeschön. Okajits sind immer nett. Die sind ruhig ausgeglichen. Wir haben hier Ying und Yang unter Kontrolle. Das ist schon immer prima. Kleine Höhle, hat er gesagt. Eine dicke, fitte Burg. Ich sehe nicht, wie es aussieht. Ich weiß gar nicht, ob er den Wachtturm wieder repariert hat, oder? Nach dem Drachenangriff. Oh. Keine Zielscheiben. Ich muss doch schießen, Skil. Ah, da guck. Schweine hat das überhaupt noch getroffen, oder? Ha. So, doch auf. Moment, mein Pfeil. Wie noch einer weg. Das wäre ja... Das ist jetzt ein bisschen... Okay, das war ein bisschen übertrieben. Geh mir jetzt nicht zu. Ich stehe ihn getroffen, hätte da denn... Boah. Das wäre denn mehr als Zufall gewesen. Das wäre schon Vorhersehung, oder? Das ist auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Das Häuschen hier, ne? Kann man sich das wieder aufrüsten, oder? Das ist auch noch stärker als die... Als die immer nicht feine. Das ist auch noch eine... Festung, da weiß man nicht, in wessen Hand die im Moment ist. Freund oder Feind, oder so. Und wir werden einfach vorsichtig rangehen, seitdem oder den Handelsreisenden, seitdem ich den... Da habe ich dann schlicht, sie wissen, immer einfach drauf zu schießen. Erst mal gucken, wie sie auf uns reagieren. Und dann kann man sie zur Not immer noch platt machen. Ich weiß nicht, ob da Sturmmäntel oder kaiserliche oder... Sieht man so nicht, kann man nicht erkennen. Das ist so ein Krummer. Ah. Da muss man doch schießen können. Ja, gut, aber... Wie gesagt, wusste man vorher nicht. Wurde wir doch falsch umbringen. Ey, da schießt noch mich. Tickst du noch sauber, meinst du, ich mag das, oder was? Wo schießt ihr denn überhaupt hin? Ein Gewimmel, ein Gewimmel, ein... Das ist ein Betrieb. Ey. Ich schieß gleich zurück. Wenn mein Fell nicht runterfällt. Ja, das ist nicht so angenehm. Ein bisschen heilen. Wenn die Falle noch so in dir stecken, der ist ja überall an. Und das tut ja dann auch nochmal extra weh. Das ist ja auch nicht so angenehm. Das ist ja leider schon ein Grund. Am liebsten keine Pfeile abzukriegen. So. Die waren also auch böse. Also bei einer Festung, wenn wir eine Festung sehen, dann schießen wir das nächste Mal doch. Also Pfeile will ich nicht wieder. Oh, Gullis. Oh, okay. 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 Doch, ja, hier geht's. Schatzies. Kerker. Wer schreit denn hier rum? Feinst eine Holde, ihr Haarslicht dem Golde des Frühlings in Strassenmeckai. Was? Ich glaube, das ist Deutschland, oder? Ein irischer Räuber. Nach drei gelehrten Tieren beginnt der Ork zu stieren und sagt dem Elf lebt wohl. Ja, niemand konnte es sagen, es war nicht zu erraten, dass... Was war das? Ein Feil. Ja, ja, klar, das kennen wir. Ich gebe mich... Ich gebe mich auf die Fresse. Nix. Nix. Aber ich verstehe ja nicht, warum wir die immer in den Zelten liegen lassen, wenn die tot sind. Das kann ja nur nicht extra bloß für mich sein. Damit ich mal ein bisschen Beute mache. Ich mache so schön genug Beute, aber... Das kann ja auch nicht so gut sein. Das kann ja auch nicht sein. Sprich mal vernünftig. Hier sind Damen anwesend, ja? Uhr. Vorderschaft abstreiten. So ein Typ bist du also. Das macht dich auch nicht ganz sympathisch. Dementsprechend wirst du entsorgt. Tschüss. Was war das? Was war das? Schleichen 42. Das ist natürlich... Ich komme da nicht ran. Das habe ich mir wohl bloß eingewildet. Ja, stimmt. So, hohoho. Eingebildet. Also ist unser Schleichen doch schon besser. Ja, die Rüstungsgeräusche beim Gehen, beim Laufen, beim Schleichen ja auch um 50% reduziert. Das macht auch viel aus. Umso später hören die uns. Dann sind wir schon dichter ran, wenn sie uns hören. Bei 50% ist schon jetzt schön. So, wo ist der Kerker? So, hier durch. Ich habe so einen festen Griff. Wenn das der Kerker war, dann muss irgendwo noch die richtige Festung sein. Also ich meine natürlich das, wo die Hauptruhe ist, wo das große Geld zu holen ist, im normalen Fall. Jo, die habe ich gemeint. Die habe ich gemeint. Die muss man nehmen. Ja, wo lang? Ein bisschen unübersicht. Ich weiß aber nicht. Da lang, da lang. Gieß mir. Geht zur Akademie. Ihr benutzt euren Verstand. Auf einer schönen Insel. Wer sollte ich denn wissen, welche Akademie ihr gemeint habt? Ha. Winterfeste. Vielleicht solltest du das hier sein? Wenn wir zu den Magiern gehen oder noch was? Ist da jemand nach 3 geleert? Clutch. Das hat uns gar nicht gesehen, ey. Ein bisschen muss ich schon noch machen. Agnes, die komplett sind der Gouverneur. Tut mir leid, aber... Wenn man seine Festung säubern, dann soll man mal richtig. Hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Golden ausrollen. Ja, ja. Aber hat er zugehört? Und dann ist er irgendwie wochen. Immer müssen sie sich wehren. So kriegen, oder? Wo bist du überhaupt? Da bist er. Ich komm gleich. Hm. Zauberer. Das ist Warenmarkt. Kennen wahrscheinlich diese geheime Magie. Macht Holz zu Gold. Kriss. Ja. Ja. Wenn ich das brauchen könnte. Holz zu Gold. Ich. Wenn ich nur treffen könnte, wäre ich schon mal froh. Holz zu Gold. Macht es so jeder seinen Gedanken über Sachen von denen er keine Ahnung hat. Holz zu Gold. Das ist ein Bierchen. Das ist ein Bierchen. So eine Bierflasche. Es gibt auch sieben. Gold. Sieben Gold. Eine Flasche. Und die liegen auch immer überall rum. Ja. Die Luft hier drin ist natürlich nicht so besonders. Aber was soll man machen? Na, das ist mal unser Wolf. Hab ich mich zuerst noch mal erschrocken. Ich denk, oh, Hilfe. Malorie! Ich möchte doch hier durch. So. Malorie. Falle auslösen. Was ist denn jetzt? Was ist denn los? Ich habe überhaupt nichts mit hier. Den habe ich ja... Die sind ja... Haben die extra Sensoren oder was die beiden? Der war noch nicht offen. Noch nicht auf dem Schirm. Hier drüben. Was willst du machen? Ich will aber nicht tot sein. Wir sind die Hot Five. Die funktionieren lebend am besten. Wie der Name schon sagt, am besten zu fünft. Sonst fehlt ganz einfach was. Was ist denn los? 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 Ach, ein Schild. Ja, ich sollte das für dich auch noch mal ein Schild für die... für die Melodie. Vielleicht ein bisschen stärkere... Stärkere Waffe. Ich meine... Ist ja nicht so, dass die... Dass sie schwach ist, aber... Läuft schon so viele Löffel jetzt mit mir rum. Da kann die auch ruhig mal was vernünftiges kriegen. Das finde ich so, dass wir es nicht machen könnten. Jetzt sind wir erstmal durch. Dann würde ich sagen, für diese Folge verabschiede ich mich schon mal. Bleibt gesund. Lasst bitte ein Like da oder ein Abonnement sogar. Da träume ich am meisten von ganz ehrlich gesagt. Wir sehen uns wieder bei der Folge 15. Und wie gesagt, habt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.